Zehn Kandidierende mit einem System, wo die im Gegensatz zu viele Kantone, wo die leeren Zeilen zählen, bei der Berechnung des absolutes Mehr ist es außerordentlich schwierig. Ich habe den Eindruck wirklich, dass ich hier das Maximum gemacht habe, von was drin lag. Was entscheidend ist im zweiten Wahlgang, ist die Mobilisierung. Niemand ist sicher, weil in der Regel senkt die Wahlbeteiligung. Das sind diejenigen, die am meisten mobilisieren können, die gewählt werden. Diese Mobilisierungsarbeit beginnt für uns heute Abend. Es ist keine Überraschung, wir haben mit einem zweiten Wahlgang gerechnet und werden in den drei kommenden Wochen alles geben, um dieses Ergebnis zu bestätigen.